Was wissen wir über die Leiche? Fundort Spreewald Park. Der Finder war ein Obdachloser, der es ganz gut beschrieben hat. Er hat gesagt, der hat jemand die Luft aus dem Kopf gelassen. Was sagt das CT? Fremdkörper im Kopf. Das ist keine Kugel. Wir sollten auf den Katastrophenschutz hören und morgen früh die Insel verlassen. Papa, er bringt mich um, wenn du nicht genau das tust, was er sagt. Warte auf Erik. Er hat weitere Anweisungen für dich. Erik? Erik ist tot. Wo sind sie? Ich bin nur zufällig am Strand auf Helgoland. Informieren Sie. Ender Müller. Irgendwo an diesem Erik muss die weitere Anweisung, die mich zu Hannah führt, sein. Ich bin auf den Weg zu Ihnen. Der Verkehr wurde eingestellt. Sie müssen für mich die Leiche obduzieren. Was? Ist das eigentlich legal, was wir hier machen? Mann! Ich dachte, Musik könnte das Ganze ein bisschen auflocken. Mach das aus! Wie soll ich denn sonst telefonieren? Darin steckt die Nachricht. Dafür machen wir das alles. Ist das der Hinweis? Vielleicht, aber das glaube ich nicht. Das wäre zu einfach. Ist da jemand? Erst die Leichen, dann die Axt. Ja, ein Puzzleteil, was zum nächsten führt. Nein! Nein! Ist das der Kerl, die ihre Tochter entführt hat? Wir haben dreieinhalb Jahre warten müssen, um das hier durchzuziehen. Du musst Hilfe holen! Der Kinder ist hier im Haus! Ach du Scheiße. Du weißt, was passiert. Wo ist Hanna? Erlebt sie noch. Wo ist Hanna? 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 Vielen Dank.